Guten Morgen! Guten Morgen, Freunde der Sonne! Wir befinden uns im Silk Rifting Vintage Shop. Es ist lange her, dass wir mal wieder einen YouTube-Vlog hier gemacht haben. Deshalb dachten wir, mit dem neuen Laden, mit der neuen Ware, kann man direkt mal einen Vlog starten. Ich bin gerade am Taggen und vorbereiten von der neuen Ware mit Paul. Kleiner Einblick für euch. Nike Tees, Sergio Taccini. Hier, wir haben Fleece, da. Branded Fleeces. Adidas. Dann haben wir Woolridge. Ja, war echt crazy. Auf das alles Designer. Wir haben hier Montclair. Nochmal Montclair. Dann haben wir hier Deutsche Gabana. Was haben wir hier? Burberry, wenn ihr ihr seht. Wieder Deutsche Gabana. Valentino Longsleeve. Das war noch geil. Hier, das sind alles Designer-Hosen. Dann hast du Valentino. Dann hast du ein Brader. Track T-Shirt mit einem V-Neck. Also wirklich vieler Stuff dabei. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt noch 40 Minuten, bis es hier los startet. Ihr kennt noch gar nicht Pepper, unsere YouTube-Community. It's a new member in our vintage Silk Rifting Family. Wir haben jetzt den Laden aufgemacht. Das heißt, wir haben jetzt 12.30 Uhr oder so. Alter, wir haben fast 13 Uhr. Also wir haben ein bisschen verspätet aufgemacht, weil immer wenn wir neue Ware haben, ist es immer schwierig, das einzukalkulieren, wie lang es dauert. Aber ihr könnt mir mal folgen. Ich zeige euch mal kurz unseren Shop. Das ist Leonie, die Chefin, die kennt ihr jetzt ja schon. Wir haben hier eine kleine Schmuck-Area. Da könnt ihr so Ketten kaufen, Ringe kaufen, Accessories an sich. Einfach, dass ihr eure Outfits auch ein bisschen pimpen könnt. Hier, wir haben ganz coole Stangen, unterschieden Farben. Die sind immer kategorieweise mit Vintage Pieces gefüllt. Also hier sind jetzt zum Beispiel T-Shirts. Da sind Oberteile wie Sweater, Hoodies, etc. Wir machen mal mit. Hier werden Hosen vorbereitet zum reinhängen. Ich weiß nicht, ob ihr schon so seht, was wir da haben. Wir haben ja viel True Religion da. Cougie, Crazy Denins, etc. Was ist denn, Digger? Natürlich zu sehen. Ich bin zurück. Huch, 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 huch. Ich habe heute mal wieder meine Versace-Brille aus. Ich anfange sich nicht, die Leute auch zu tragen, aber jetzt will ich sie hängen. Hier sind unsere Kleiden. Und hier haben wir so eine kleine Empore. Wo quasi der Rest vom Schützenfest stattfindet. Wir haben Hosen hier vor allem, Track- und Y2K-Oberteile. Alles, was das Herz begehrt eigentlich. Und das hier Abhäng-Corner. Und hier ist, wenn wir Events haben oder Partys, ist das hier das DJ-Boof. Und dann haben wir noch da unten eine Sale-Area. Da kommen quasi alle Pieces für einen reduzierteren Preis rein, dass man noch so ein bisschen dieses Thrift-Gefühl bekommt. Genau. Das war's jetzt eigentlich. Ich halte euch auf dem Lauf hin, was heute sonst noch passiert. grammar. Das ist ¡Auf! Stay. Ich mal auf dem Lauf hin. Das ist einfach mal. Oh. Aber ich brauche hier auch nicht. Nur gar mit Paper. Boah. Der ist schick. Wir sind gerade sogar noch dabei, die Meister an den Meistern zu packen. Ja. Das ist stabil. Scheiße, ich hätte es echt gegessen. Ich check mein Insta ab, ja? Hi. Unsere Dreidegg. Emma. Das ist dein Arbeitsplatz. Hast du dir das vorgestellt, dass du das machen möchtest? Ja, so habe ich es dir vorgestellt. Das ist wichtig. I love it. Das ist zum Beispiel hier auch meist. Einfach eine Camer. Camer Active Cargo. Oder hier bei der Jury auch sehr, sehr gut. Seht ihr das Stitching? Sehr crazy. Ich will mal kurz mein T-Shirt flexen. Hier Leute, ich bin so ein kleiner, wenn ich was collecte, sind eigentlich Hosen und T-Shirts. Aber auch nur die Specials. Und heute trage ich eins meiner Lieblings-T-Shirts. Das ist das hier. Ich weiß nicht, sieht man, dass das so ein bisschen sparkelt. Das hat hier so Sparkling-Elemente auf jeden Fall dritte Leute. Ich habe das ein ähnliches in braun noch und noch ein weißes. Und ihr könnt ja mal sagen, wie ihr dieses petrol-farben, petrol-blau-farbene Haaren-Dutie an mir findet. Steht mir das überhaupt? Und dann soll ich wieder zurück in den Shop gehen. Danke. Reicht ab. Awww. Awww. Das ist cool, oder? Ja. Voll. Ach, ist das der Drop? Ja. Ich habe Handy. Wenn du es verfeiterst, dann lass ich Bilder machen. Ja, ja. Ciao Mädels. Also Leute, es sieht folgendermaßen aus. Wir machen jeden Tag eigentlich einen Drop für einen Online-Shop, dass man auch Pieces in unserem Shop online kaufen kann. Und dafür suchen wir mal Outfits raus. Und jetzt gehe ich gleich mit der Emma eine Runde Produktbilder machen. Ne? Schauen wir mal. Das ist ja wieder so ein Type of Outfit, das ich jetzt eigentlich ganz klein auch anlassen würde. Einfach um da so ein bisschen zu performen. Hey, was ist der Outfit hier? Was ist aus dem Shop-Teil-Beat? So Leute, das war jetzt... Was war das? Hier, Online-Shop. Action. Work. Ja. Auch ein Part von unserem Daily-Lifestyle. Wir haben das wahrscheinlich Peppers-Essen. Na, ist Vlog-Time? Ja, der Köln-Pop-Up-Shop ist in planning. Yeah! Ende März, Freunde. Wir haben das schon mal gesehen. Wir haben das schon mal gesehen. Oh, auch lange nie. Ich hab das gesehen. Ach, das ist ja drecklich. So, drecklich. So, hier. So, hier. Und wo bist jetzt gerade Süßigkeiten kaufen? Guck mal, wie krass ich da ausstehe. Chance und ich gehen jetzt wieder live auf Tiktok. Schaut mal zu, wie wir das jetzt machen. Das ist unser YouTube-Channel. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den auch mal auschecken. Schaut mal, mein Bruder. Friends, es sind ein paar Homies am Start. Und der Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist jetzt gleich 18.50 Uhr. Wir machen bald zu. Ich wollte euch noch kurz die Homies vorstellen. Die Jungs sind aus Berlin da. Wir schließen euch den Store. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Erstes YouTube-Video. An sich hat es Bock gemacht. Ihr könnt uns mal wissen lassen, ob ihr Bock drauf habt, dass wir mehr so Shop-Vlogs posten. Und ja, wenn ihr in der Gegend seid, kommt gern vorbei. Wir sind hier, wir freuen uns auf euch. Wir haben cool Wittges da. Und ja, lasst einfach Liebe da. Wir sehen uns. Bye.